ganz genau hier kommt der elefant ist immer so außer rand und band sonst muss ich bitte alleine machen auch für eine kacke aber ich mach einfach mal mit warum nicht eigentlich haben wir jetzt habt ihr eine mission gerade gestartet oder mit der grüppe ein dann müsste noch hinfliegen wo war es denn noch mal ein delta quadranten ich bin online beta quadranten rechts welche müssen machte gerade der stoffe delta quadranten rechts delta quadranten rechts kanyanisch kaptain tom paris has requested kong 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 da kommen die drauf da war der Weg drauf erstmal muss ich aus dem Sektorraum raus so, warm arsch der Welt, seid ihr? da seid ihr da mal Vollgas geben also ich weiß ich hatte eine Sache irgendwie da raus ich weiß ja nie mehr was ich da rausgenommen habe Lachikip-Modul? Ne Chroniton? Ne muss ich da mal nachsehen was kommt denn nochmal da raus? ach ja stimmt ja Polarik-Modulator oder Neutronium-Legierung irgendwas hab ich davon genommen ich weiß da nicht mehr was das fällt mir grad auf man kriegt ja dafür sogar IP wenn man das Ding abschließt auch nicht schlecht da ist nicht viel aber könnte vielleicht reichen dass ich mal den abkriege vielleicht vielleicht was ich ehrlich gesagt aber nicht glaube müsste ich schon zwei Mission abschließen glaube ich zu fünf wird das glaube ich nicht sehr lange dauern ja ich werde sowieso die ganze Scheiße in mir nochmal durchlesen ich habe die Story jetzt einmal schon durchgespielt wozu soll ich mir das Ganze nochmal durchlesen oh Gott was hast du dir gemacht ey mach ich dir eine Frisey ja schneller kommt mal zuerst so überspringen so überspringen na das kann man nicht überspringen ok na das kann man nicht überspringen ok unbeobachteten oh mein Gott ach ist das jetzt das mit dem Scheiß durchfliegen ne ne das ist es nicht oder ne das doch ich glaub das ist doch oder verdammt ich weiß nicht mehr hab ich los, gib Gas Jungs nicht so lahm mann, fliegt gelarm was hier Was ist gerade los? Verdammt! Ja und? Platz da! Ihr seid so lahm! Hä? Gib Gummi! Oh nein! Was? Was ist jetzt los? Warte auf das alte Mittelkommunikation beenden! Ich auch nicht! Ich kann nichts machen! Schwierigkeitsgrad! Ich kann immer mal fliegen! Können wir fliegen? Loll! Ich warte immer noch auf Archer und Akuma! Oh nicht schon wieder! Akuma! Ich habe wieder drei Sekunden warten! Vergeigt! Vergeigt! Ja! Bei mir auch! Akuma! Na endlich geht es weiter! Meine Freunde! Das ist total bescheuert! Ganz ehrlich! Sonst hätte man das jetzt locker schaffen können! Und so haben sie es total vergeigt! Normal! Mal! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich wusste es, dass ich von einem der Schiffe mitgenommen werde. Ich habe es bereit gedrückt. Er wollte nur mit den Kuscheln. Ich habe es bereit gedrückt. Ich habe es bereit gedrückt. Ich dachte immer, einer geht noch rein. Ich habe es bereit gedrückt. 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 Und jetzt? Jetzt seit dem Arsch. Ich habe es bereit gedrückt. Ich habe es bereit gedrückt. Ich habe es bereit gedrückt. Ich habe es bereit gedrückt.